Durch Erkrankungen der Herzmuskulatur, der Herzkranzgefäße oder auch bei chronischem Bluthochdruck kann ein Herz langfristig geschädigt werden. Hieraus kann eine Herzschwäche entstehen, bei der das Herz die Organe im Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Die Medizinische Hochschule Hannover hat mit der Universität Leipzig und weiteren Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ein Projekt entwickelt, in dem sie gemeinsam mit Patientinnen und Patienten die Herzschwäche bekämpfen wollen. Das sogenannte HITZ-Projekt Herzinsuffizienz, individuelles Training, Telemonitoring und Selbstmanagement umfasst die Früherkennung der Herzinsuffizienz, eine auf die Teilnehmenden zugeschnittene und fortlaufend angepasste Therapie auf Online-Basis sowie für alle Beteiligten leicht verfügbare Informationen durch eine sogenannte HITZ-App. Wer an einer solchen Studie teilnehmen kann, wie eine Teilnahme genau funktioniert und was Patientinnen und Patienten erwarten können, erfahren Sie in den nächsten Minuten von Prof. Dr. Uwe Tickbohr und seiner Kollegin Pauline Bayerle. Ja, guten Tag. Die Herzschwäche ist die häufigste Erkrankung, die zu Krankenhausaufenthalten führt. Menschen, die an Diabetes leiden, die Bluthochdruck haben, die einen Herzinfarkt hatten oder schwer übergewichtig sind, diese Menschen entwickeln oft eine Herzschwäche. Und diese Herzschwäche schränkt unsere Lebensqualität deutlich ein. Wenn Sie eine dieser Erkrankungen haben, dann ist es sehr sinnvoll, frühzeitig mit einem geeigneten Trainingsprogramm loszulegen. Körperliches Training kann die Herzschwäche, kann die Erkrankung Herzschwäche verzögern oder in frühen Stadien gar zurückdrehen. Deshalb haben wir hier an der Medizinischen Hochschule Hannover zusammen mit den Wissenschaftlern der Universität Leipzig ein Trainingsprogramm entwickelt, was die Patienten, was Sie zu Hause durchführen können. Also gerade jetzt in den Corona-Zeiten natürlich traumhaft, Trainingsprogramme zu Hause für sich selbst umzusetzen. Wir sind die Sportwissenschaftler und Sportmediziner an Ihrer Seite und betreuen Sie in Ihrem Training. Das können wir deshalb machen, weil wir Ihnen Trainingsgeräte mit nach Hause geben, zum Beispiel eine Herzfrequenzuhr, wo wir immer sozusagen gemeinsam im Wissen trainieren Sie in einem für Sie richtigen Bereich. Aber körperliches Training ist nicht alles. Wir gucken zum Beispiel auch darauf, ob Ihr Körper Wasser einlagert, ob das Gewicht ansteigt. Wir fragen Sie, ob Sie gut schlafen, ob Sie Ihre Medikamente genommen haben. Also wir sind ein Team mit Ihnen zusammen und wollen die Entwicklung der Herzschwäche bei Ihnen gemeinsam bekämpfen. Dazu haben wir hier in der Hochschule die Studie gestartet. Wir haben insgesamt 1300 Teilnehmer, die wir befragen und untersuchen wollen. Wir laden Sie recht herzlich ein, wenn Sie eine dieser Erkrankungen haben, Diabetes oder Bluthochdruck oder eine Herzerkrankung, Herzinfarkt zum Beispiel oder auch schon eine länger bestehende Herzschwäche, zu uns zu kommen und mitzumachen. Herzlich willkommen. Mit den Personen, die Interesse an der Studie haben, wird zuerst ein Aufklärungsgespräch geführt. Anschließend wird unter Nutzung eines Fahrradergometers die Leistungsfähigkeit bestimmt. Es wird die Körperzusammensetzung und die Gefäßfunktion gemessen sowie eine Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall, also eine Echokardiographie, durchgeführt. Danach wird das Blut abgenommen, um in einem Blutbild zusätzlich wichtige gesundheitliche Daten zu prüfen. Abschließend wird eine Entzündungsdiagnostik durchgeführt. Alle Untersuchungen werden nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten wiederholt. Im Folgenden erklären wir Ihnen den weiteren Ablauf der einjährigen Studie. Nach der erweiterten Herzinsuffizienzdiagnostik werden die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt. Diesen Vorgang nennt man randomisieren. Dies ist wichtig, um die Gruppen später vergleichen zu können. So kann beispielsweise sichergestellt werden, dass Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen in beiden Gruppen ähnlich verteilt sind. In einer Gruppe setzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das tägliche, auf ihre Personen abgestimmte Heimtraining um, messen und dokumentieren täglich ihre Gesundheitsdaten in den Geräten, die sie erhalten haben und werden in einer gesundheitsförderlichen Lebensweise geschult. Diese Gruppe nennt man Interventionsgruppe. Die Menschen in der Kontrollgruppe werden leitliniengerecht behandelt, nehmen aber nicht an den Trainingsteil. Aber sie nehmen an denselben medizinischen Untersuchungen teil wie die Interventionsgruppe. Diese Untersuchungen gehen über die medizinische Regelversorgung hinaus. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Risiko für Herzinsuffizienz können so frühzeitiger eine Diagnose erhalten und haben mehr Klarheit über ihren Gesundheitszustand. Nach zwölf Monaten werden die Gesundheitsdaten der Kontrollgruppe mit den Gesundheitsdaten der Interventionsgruppe verglichen. Dadurch lassen sich am Ende Veränderungen und Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe ableiten. Wie es mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern weitergeht, die in die Interventionsgruppe kommen, also in die Gruppe, die ein gerätegestütztes Online-Monitoring und das Trainingsprogramm erhalten, zeigt Pauline Bayerle im nächsten Beitrag. So, der Dreh- und Angepunkt unserer Studie und aller Gerätschaften, die Sie im häuslichen Gebrauch benutzen sollen, ist einmal das Tablet. Und auf diesem Tablet ist unsere HITZ-App installiert. Okay. Sowohl das Tablet als auch mit der HITZ-App. Die kommunizieren alle automatisch über Bluetooth mit den einzelnen Geräten. Das heißt, alle Werte, die Sie messen, alle Trainingsdaten, die Sie erfassen über die Uhr oder auch über den Brustgurt, werden automatisch immer auf das Tablet überspielt. Ah, okay. Also das ist dieser Gurt hier, ja? Genau. Ich zeige Ihnen das einmal noch. Das ist der Brustgurt mit dem Sensor hier vorne. Wenn Sie das Training machen über die HITZ-App mit dem Tablet, müssten Sie den Sensor einmal, den Brustgurt mit Hautkontakt einmal umlegen. Okay. Und dann kann es auch schon losgehen. Das ist einmal das Blutdruckmessgerät. Das ist das, was man vielleicht auch schon kennt in der einen oder anderen Form. Damit messen Sie immer morgens Ihren Blutdruck nach dem Aufstehen und auch vor jedem Trainingsvideo. Okay. Sowohl vorher als auch drei Minuten nachher, um einfach auch eine gewisse Sicherheit zu haben, dass die Werte in einem normalen Bereich sind. Okay. Und die Uhr, die setze ich dann aber vorher noch auf, oder? Die Uhr haben Sie im besten Fall den ganzen Tag über an, weil die Uhr kontinuierlich Ihre täglichen Schritte beispielsweise erfasst. Okay. Also darüber kann man immer ganz gut auch selber kontrollieren, wie viel Sie sich im Alltag bewegen, weil da wirklich jeder Schritt und auch jede Etage, die Sie hoch und runter steigen, erfasst wird. Ah ja, okay. Sehr schön. Wenn Sie die Uhr nachts tragen, und das können Sie sehr gerne tun, dann wird eben auch die Schlafqualität über die Uhr erfasst, weil es eben auch über Bewegungssensoren ganz gut messbar ist. Ah, das ist ja schön. Genau. Über die Waage, und das ist hier unser größtes Gerät, damit sollen Sie morgens einmal Ihr Gewicht messen, aber darüber kann man eben auch das Körperbassar erfassen. Ah ja. Die Geräte für das Training zu Hause werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Interventionsgruppe kostenlos für die zwölfmonatige Projektlaufzeit zur Verfügung gestellt. Im nächsten Beitrag gibt Pauline Bayerle einen Einblick in die Trainingsübungen, die durchgeführt werden können. Sie sind jetzt herzlich willkommen als Studienteilnehmer und können mit Ihrer Intervention starten. Was ich Ihnen jetzt einmal zeigen möchte, ist einmal das Training. Die Trainingsvideos sind ja so aufgebaut, dass Sie die eigentlich zu Hause auch machen können und sollen. Sie brauchen keine zusätzlichen Gerätschaften für die Trainingsvideos. Das heißt, Sie brauchen nur Ihr Tablet, was Sie von uns heute mitbekommen, und den Brustgurt, den Sie unterm T-Shirt natürlich jetzt auch umhaben. Und dann können Sie mit dem Training zu Hause dann auch starten. Ja, super. Ich möchte Ihnen heute einmal zeigen und mit Ihnen einmal das Training gemeinsam durchgehen, damit Sie dann auch zu Hause im Umgang sicher sind. Okay. Ich habe Ihnen hier einmal das Tablet mitgebracht. Ich lege Ihnen das einmal nochmal hier hin, dass Sie das gut sehen können. Es ist soweit eingestellt. Wenn Sie mögen, können Sie da auch einmal auf Training beginnt drücken. Das ist ganz unten links. Genau, das Trainingsvideo startet auch schon vom Prinzip zu den Trainingsvideos. Die sind alle so aufgebaut, dass es immer 30 Minuten sind. Es ist immer ein kleines Intervalltraining. Das heißt, Sie haben immer Momente, wo es ein bisschen anstrengender wird. Und dann aber auch wieder Ruhephasen, wieder Ruhepausen, wo das Herz sich auch ein bisschen beruhigen kann. Okay. Es ist immer so zweigeteilt. Die erste Hälfte des Trainingsvideos ist immer ein Ausdauertraining. Im Stehen ein bisschen marschieren beispielsweise. Und die zweite Hälfte der Trainingsvideos sind häufig dann auch Kräftigungsübungen, entweder im Stand oder auch in Bodenlage. Ich habe so ein bisschen Bedenken, weil ich schon so lange keinen Sport mehr gemacht habe, ob ich das auch hinkriege. Ich glaube, die Bedenken können wir Ihnen nehmen. Also die Trainings- oder die Bewegungseinheiten, die dort hinterlegt sind, die richten sich immer ganz individuell nach Ihrer persönlichen Leistungsstufe. Sehen wir uns dann zwischendurch? Komme ich dann irgendwie nach zwei Monaten hier wieder rein? Oder wie läuft das? Also wir sehen uns spätestens noch mal nach sechs Monaten zu der Zwischenuntersuchung, wo Sie wieder belastet werden auf dem Fahrradergometer, wo wir wieder unsere Untersuchung machen, so wie es heute auch schon abgelaufen ist. Ansonsten ist es ja ein telemonitorisches Programm. Das heißt, alles, was Sie an Daten sammeln über die Uhr, über die Waage, über das Blutdruckmessgerät und eben auch diese Trainingsdaten, die Sie über die Videos uns quasi zukommen lassen, das können wir live vor Ort hier in der MAH uns eben auch anschauen. Das heißt also, wenn meine Werte dann in einem kritischen Bereich wären, also wenn Sie zu hoch sind oder zu niedrig oder wie auch immer, dann würden Sie mich anrufen und sagen, kommen Sie hier noch mal bei uns rein, machen Sie mal einen Termin, dass wir über die Werte sprechen. Genau, genau. Also da gibt es eine Warnfunktion sowohl für uns als Therapeuten, aber auch für Sie als Patienten. Also Sie sehen auch, wenn irgendwas höher ist, als es soll, da bekommen auch Sie eine Mitteilung, eine automatische Mitteilung, dass da was auffällig ist, dass Sie doch bitte mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten sollen. Okay. Ja, eine Frage habe ich noch. Was ist eigentlich mein Gewinn, mein Profit nach diesem Jahr, den ich bei Ihnen verbringen werde mit meinen Übungen und beziehungsweise zu Hause, die ich dann mache? Was kann ich möglicherweise erwarten? Ja, naja, der Mehrwert für Sie als Patientin ist es natürlich, dass Ihre Leistungsfähigkeit sich verbessert. Das heißt, dass Sie nach zwölf Monaten hoffentlich fitter sind, als es heute der Fall ist und dann hoffentlich auch zum Beispiel besser in den dritten Stock bei Ihnen zu Hause steigen können. Also dass Sie das selber auch merken, zum Beispiel an der Kurzatmigkeit. Das ist da Ihnen einfach leichter fällt im Alltag. Wir können das natürlich auch an objektiven Kriterien festmachen, sei es am Labor oder auch in der Spiroergometrie beim Belastungstest, dass wir da anhand der Daten, die wir dann nach zwölf Monaten, nach zwölf Monaten Intervention und Projekt dann von Ihnen sammeln. Die Spiro, das heißt dieses Atemtest oder Lungenfunktionstest? Genau, die Ausbelastung auf dem Fahrradergometer, ganz genau. Ansonsten ist der Herzmuskel natürlich auch ein Muskel wie jeder andere. Und Sie als Patientin mit einer Herzenssuffizienz, also mit einer Herzmuskelschwäche, da profitiert natürlich dieser Herzmuskel auch von einem regelmäßigen Ausdauertraining. Das Ausdauertraining in Form von der Trainingsvideos, die Sie dann in Ihrem häuslichen Umfeld machen sollen, adressiert da ganz wunderbar eben auch Ihre Herzmuskulatur. Wenn Sie an Vorerkrankungen wie Diabetes, Übergewicht, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Bluthochdruck oder Herzkrankheiten leiden oder Symptome wie Leistungsminderung, Schwellungen der Knöchel und Unterschenkel, Müdigkeit und nächtlichen Harndrang verspüren, kann eine Teilnahme an der HITZ-Studie für Sie möglich sein. Nehmen Sie hierfür gerne Kontakt mit uns auf. Das Team am Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover freut sich auf Sie.